20.30 Uhr Rias Berlin Nachrichten Die DDR lässt sich nach Angaben von Ministerpräsident Stuhf in ihren Beziehungen zur Bundesrepublik weiter von Realismus und gutem Willen leiten. Auf dem 11. SED-Parteitag in Ostberlin sagte Stuhf, die DDR weise jedoch jede Einmischung in ihre inneren und äußeren Angelegenheiten zurück. Mit dem Gerede über sogenannte innerdeutsche bzw. gesamtdeutsche Beziehungen müsse endlich Schluss gemacht werden. Die DDR sei an einer Stabilisierung der Lage in Europa interessiert. Diesen Zielen laufe die Entscheidung der Bundesregierung zur Teilnahme an den Sternenkriegsplänen der USA zuwider, meinte Stuhf. Er fuhr fort, Bonn müsse sich seiner Verantwortung bewusst werden und zur Festigung des Friedens nicht nur mit Worten, sondern mit Taten beitragen. Die vier gestern Abend im Zusammenhang mit einem gescheiterten Anschlag auf einen amerikanischen Offiziersclub in Ankara festgenommenen Verdächtigen sind libysche Staatsbürger. G Shawn Schaub